Jede Woche bekommen wir natürlich Nachfragen von Usern, wie es denn im PIM-Verfahren steht. Das betrifft sowohl das Strafverfahren, als auch das Insolvenzverfahren. Nun, mittlerweile gibt es eine Nachricht, dass es bezüglich des Prozesses gegen die mutmaßlichen Straftäter noch dieses Jahr einen ersten Verhandlungstermin geben soll. Das Verfahren wird sich aber sicherlich, und da muss man kein Prophet sein, noch ins komplette Jahr 2021 hineinziehen. Das Ende ist im Moment noch vollkommen offen. Für die Beschuldigten gilt natürlich bis zum endgültigen Beschluss des Gerichtes die Unschuldsvermutung. Ähnliches gilt dann wohl auch im Insolvenzverfahren. Hier hat es bis zum heutigen Tage keine neue Gläubigerversammlung gegeben. Jene Gläubigerversammlung, die man einst beim ersten Termin in Offenbach absagen musste, weil der Platz für den Andrang der Gläubiger nicht ausgereicht hätte. Wie wir hören, denkt man nun darüber nach, den Insolvenzverwalter im Umlaufverfahren bestätigen zu lassen. Grundsätzlich halten wir das Verfahren nicht für angemessen, denn es gibt viele Fragen, die von Seiten der Gläubiger zu stellen wären. Das zumindest hören wir immer in Gesprächen mit geschädigten Anlegern. Eine Alternative könnte sein, dass man im Vorlauf zu der Abstimmung ein Forum eröffnet, in dem die betroffenen und anerkannten Gläubiger ihre Fragen stellen können. Das setzt jedoch voraus, dass man auf Seiten des Insolvenzverwalters dazu bereit ist, den Gläubigern auch entsprechend zu antworten. Im Anschluss könnte man dann das genannte Umlaufverfahren durchführen. So würde auch kein fader Beigeschmack bleiben. In Frage stellen wir aber immer noch das Vorgehen des Insolvenzverwalters vor der ersten geplanten Präsenzgläubigerveranstaltung. Dabei hatte sich, aus unserer Sicht, der Insolvenzverwalter die eigene Position extrem ausgenutzt, um sich eine bessere Position in der Gläubigerversammlung zu schaffen. Er hatte alle noch nicht von Rechtsanwälten vertretenen Anleger angeschrieben und ihnen das Angebot unterbreitet, diese auf der Gläubigerversammlung dann zu vertreten. Wir sagen, möglich, dass dies auch aus der Angst heraus geschehen war, dass man ihn möglicherweise nicht bestätigen würde. Warum er möglicherweise diese Bedenken hatte, das wissen wir nicht. Wir meinen, dass man diese Stimmen in einem Umlaufverfahren als Enthaltung werten muss. Es sei denn, diese Anleger werden mittlerweile von einem Anwalt vertreten. Wir werden aber in den nächsten Tagen einmal eine Presseanfrage beim Insolvenzverwalter starten. Möglicherweise teilt er uns ja einmal den aktuellen Stand des Verfahrens mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017